Gute! In dem Video zeige ich dir, wie du meine kostenlose, cloudfreie, also nix mit API, Schlüsselregistrierung und so ein Kram, deutsche, künstliche Thorsten Voice, Text-to-Speech oder TTS-Stimme auf deinem Mac verwenden kannst. Möglich wird das Ganze durch das Projekt Thorsten Voice. Falls dich also ein paar mehr Informationen oder Audiobeispiele, wie meine künstliche Stimme klingt, interessieren, schau gerne mal unter der Projekt-Webseite thorstenvoice.de vorbei. Meine künstliche Stimme funktioniert aber nicht nur unter macOS, sondern auch unter Linux, Raspberry Pi und Windows. Wenn du so ein Betriebssystem nutzt, dann verlinke ich dir die Tutorials, die ich zu dem Thema gemacht habe, gerne unten in der Beschreibung. Technologisch basiert das Ganze auf Koki TTS, das ist eine Open-Source-Software-Community zur Sprachsynthese. Die basiert auf Python, das heißt wir werden Python brauchen, stand jetzt in der Version 3.7 bis 3.10. Je nachdem wann du das Video schaust, könnten auch neuere und höhere Python-Versionen unterstützt werden. Meine künstliche Thorsten-Voice-Stimme steht in zwei neutral gesprochenen Varianten zur Verfügung. Einmal heißt das DDC-Modell und einmal WITZ und da ist es jetzt persönliche Geschmackssache, was einem da besser gefällt. Ich spiele dir jetzt gleich mal beide Beispiele mit einem Satz ein, dann hast du eine Vorstellung, wie es klingt und kannst dich entscheiden, welches der beiden Modelle du nutzen möchtest. Dieser Satz dient als Referenz, damit du beide Thorsten-Stimmen hören und vergleichen kannst, um am Ende zu entscheiden, welche dir besser gefällt. Dieser Satz dient als Referenz, damit du beide Thorsten-Stimmen hören und vergleichen kannst, um am Ende zu entscheiden, welche dir besser gefällt. Jetzt hast du beide Modelle einmal gehört. Das DDC-Modell hat noch eine kleine Besonderheit und zwar brauchst du, wenn du das nutzen willst, die Software eSpeak-NG, eine kostenlose Open-Source-Software. Zeige ich dir gleich, wie du die auf deinem Mac auch installieren kannst. Zusätzlich gibt es im Projekt Thorsten Voice auch emotional betonte Stimmen. Das ist aber ein anderes Thema. Checkt da mal gerne die Beschreibung zu aus. Ich würde sagen, genug der einleitenden Worte. Jetzt kommen wir zum spannenden Teil und installieren meine künstliche Stimme auf macOS. Los geht's! Starten wir mal, indem wir uns eine Kommandozeile öffnen, ein Terminal, und prüfen erstmal die Python-Version mit Python-V oder Python 3-V. Ich habe hier die 3.10.11. Das passt also. So, dann legen wir uns ein neues Verzeichnis an. Ich nenne das einfach mal TTS. Wechseln da rein. Und kreieren uns ein Python Virtual Environment. Ich mag das immer ganz gerne, weil es kapselt so ein bisschen die globale systemweite Python-Konfiguration von dem Projekt, was wir jetzt mit Thorsten Voice und meiner künstlichen Stimme machen. Dazu führe ich aus Python 3-mv-env-punkt. Das legt einige Dateien und Verzeichnisse an. Und das Ganze muss jetzt noch aktiviert werden mit Source und dann Bin Activate. Und jetzt kannst du schon sehen, hier vorne haben wir einen Präfix in Klammern. Also dieses TTS, das ist der Verzeichnisname, den wir angelegt haben. Und das heißt, ich bin jetzt in einer gekapselten Python-Umgebung. Und wenn ich jetzt mit dem Python-Paket-Manager mir eine Liste aller Pakete anzeigen lasse, ist es also durchaus eine sehr übersichtliche Liste. Ich hatte gesagt, meine künstliche Stimme wurde im Rahmen von diesem Open-Source-Projekt Koki TTS erstellt. Das heißt, das müssen wir jetzt installieren. Ich verlinke dir auch mal die GitHub-Seite vom Koki TTS-Projekt. Da kannst du noch mehr Informationen zum Projekt und zu den ganzen verfügbaren Stimmen angucken. So, was machen wir dafür? PIP Install. Ich würde sagen, wir aktualisieren auch mal die bestehenden beiden Pakete. Also PIP Setup Tools und installieren zusätzlich noch ein Wheel und das eigentliche Paket TTS. Mit dem Parameter minus groß U für Upgrade. Das heißt, Pakete, die schon installiert sind, werden aktualisiert. Und die beiden neuen Pakete, Wheel und TTS, werden zusätzlich installiert. So, das Ganze kann jetzt einen Augenblick dauern. So, der Prozess ist durch. Schauen wir nochmal in unsere PIP List. Die sollte jetzt deutlich länger sein. Ist sie auch. Wichtig ist der Eintrag TTS, stand heute in Version 0.14. Das heißt, wenn da ein Eintrag drin ist, habt ihr das TTS-Paket installiert und könnt meine Stimme jetzt verwenden. Ich zeige euch im folgenden vier Möglichkeiten. Ihr könnt meine Stimme künstlich erzeugen auf der Kommandozeile. Ihr könnt sie per lokal laufendem, also immer noch offline, keine Cloud, Web Frontend. Ist ein bisschen komfortabler. Ihr könnt es mit Tools wie Curl nutzen. Und ihr könnt sogar meine Stimme innerhalb von bestehenden Python-Skripten und Applikationen einbinden. All das, wie gesagt, kostenfrei, ohne Cloud. Ja, und fangen wir einfach an und installieren uns meine Stimme auf der Kommandozeile. Dazu führen wir aus das Kommando TTS. Erstmal mit minus minus list unterstrich models. So, das zeigt euch einmal eine komplette List aller mit Koki TTS verfügbaren Stimmmodelle. Das sind verschiedene Sprachen, verschiedene Sprecher. Meins ist hier, glaube ich, bei Nummer 35, 36 irgendwo dabei. Genau, wir haben hier einmal das Witz und einmal dieses Tacotron 2 DDC-Modell. Die Beispiele hattet ihr ja vorhin gehört, wie sie klingen. So, ich würde sagen, nehmen wir mal zum Beispiel das DDC-Modell. Kopieren uns das einmal in die Zwischenablage, den Namen. Und erzeugen uns auf Basis dessen eine künstliche Stimmausgabe. Ich habe es angedeutet vorhin, für das DDC-Modell brauchen wir noch die Software eSpeakNG. Wenn ihr die noch nicht installiert habt, kommen wir gleich dazu. So, aber jetzt erstmal TTS eingeben. Dann, was brauchen wir? Den Namen des Modells. Model-Name. Das wäre jetzt der eben kopierte Name. Dann brauchen wir den Text natürlich. Text, das ist ein Test. Welchen Testsatz könnte man sonst nehmen? Und wir müssen sagen, als welche Datei wir das ganze Ergebnis speichern wollen. Das machen wir mit minus minus out pass und nennen das mal test1.buff. So, und das führen wir jetzt mal aus. Im ersten Schritt wird jetzt mein Modell runtergeladen. Das ist eine einmalige Geschichte. Wird dann auf einem lokalen Rechner gespeichert. Und beim nächsten Mal ist da kein Download mehr nötig von den Modellen. So, bei mir kam jetzt kein Hinweis auf eSpeakNG, weil ich hatte das schon installiert. Ihr könnt das dann auch mit Werkzeugen wie Homebrew installieren. Ich packe wieder einen Link, wie das genau funktioniert, in die Beschreibung. So, am Endeffekt habt ihr dann hier das Ergebnis gespeichert als entsprechende Test1.waff. Und dann hören wir uns die Test1.waff einfach mal an. Das ist ein Test. Und das war schon der erste Weg, meine Stimme zu erzeugen über die Kommandozeile. Der zweite Weg ist ein bisschen komfortabler über einen lokal laufenden Web-Server-Prozess. Dazu können wir im Prinzip das Kommando von eben nochmal verwenden. Wir müssen nur ein paar Sachen entfernen. Und zwar den Ausgabe-Fad brauchen wir nicht mehr, den Text brauchen wir nicht mehr. Sondern wir brauchen nur das Modell. Und statt dem Kommando TTS nehmen wir das Kommando TTS-Server. Wenn ihr das seht, wurde auf dem lokalen Rechner auf Port 5002 ein lokaler Web-Server-Prozess gestartet. Den kann man jetzt per Browser aufrufen. Einfach localhost, Doppelpunkt 5002 eingeben. Und da ist die Oberfläche simpel gemacht. Hat ein Eingabefeld. Hier könnt ihr jetzt den Text eingeben, der gesprochen werden soll mit meiner Stimme. Heute scheint die Sonne. Zum Beispiel. Und dann Speak. Heute scheint die Sonne. Wie ihr seht, wird gleich direkt gesprochen. Ihr könnt auch das Audio einfach speichern. Zum Beispiel Audio speichern unter. Und könnt das einfach als Test 2 WAV zum Beispiel abspeichern. Genau. Und das ist der zweite Weg. Einfach manuell über diese kleine Web-Oberfläche den Text sprechen zu lassen. Wo wir jetzt hier schon diesen Server-Prozess am Laufen haben, den kann man noch verwenden, um jetzt beispielsweise, ihr habt den auf einem Server, bei euch im Heimnetzwerk laufen, auf einem Raspberry Pi oder was auch immer. Und wollt aber jetzt von einem anderen System Stimme erzeugen. Da kann man das mit Tools wie Curl machen. Und wie das geht, das machen wir ganz einfach. Wir machen mal ein zweites Fenster auf. Ich schiebe das mal so ein bisschen an die Seite. Und dazu gibt es auch auf der Thorsten Voice Projekt Webseite ein Beispiel. Gucken wir da mal kurz drauf. Unter TTS. Und ein bisschen weiter runter. Dann haben wir ein Beispiel für den Curl-Aufruf. Den kopiere ich mir hier einmal raus. Kopieren. Dann kopiere ich mir jetzt einfach mal das Beispiel von der Thorsten Voice Projekt Webseite hier rein. Sicherheitshalber setze ich die URL mit Localhost und dem Text in Gänsefüßchen. Weil manchmal ist er da mit dem übergehenden Text und Escapen von irgendwelchen Sonderzeichen etwas empfindlich. Aber wenn es gut funktioniert, sollte jetzt der Text Hallo gesprochen werden und gespeichert in der Ausgabe WAF-Datei im aktuellen Verzeichnis. So, das sieht erstmal erfolgreich aus. Man sieht auch im Hintergrund hier auf dem Serverprozess, dass der Text Hallo angekommen ist und erzeugt wurde. So, dann schauen wir einmal auf unser Verzeichnis. Und hier sehen wir jetzt auch zu unserer Test 1 WAF die Ausgabe WAF. Können wir uns auch kurz anhören. Das kurze Hallo. Hallo. Ja, erwartungsgemäß funktioniert. Gut, das heißt, jetzt kommen wir schon zum letzten Teil. Jetzt gucken wir, wie wir meine Stimme erzeugen können in einem bestehenden Python-Programm. Ganz kurz noch die Bitte, falls dir das Video gefällt, freue ich mich mega über einen Daumen hoch, über ein Abo auf dem Kanal, über Feedback in den Kommentaren. Das wäre echt super nett. Also, vielen Dank schon mal dafür. Bevor wir in die Entwicklungsumgebung reingehen, ich nutze übrigens Visual Studio Code, aber jeder andere ist da genauso gut. Wir brauchen diesen Serverprozess nicht mehr. Das heißt, ich schließe das erstmal alles und dann fangen wir schön sauber neu an. So, dann öffne ich meine Entwicklungsumgebung und wir gucken uns das an, wie das funktioniert. Wie das in der guten Kochsendung auch so üblich ist, ich habe da mal was vorbereitet. In meiner Umgebung Visual Studio Code habe ich das aktuelle Verzeichnis, in dem wir die ganze Zeit schon arbeiten, geöffnet, wo auch unsere bisherigen Ausgaben drin sind. Und habe da mal ein kleines Test PY Python Script angelegt. Im Endeffekt ist es nicht mehr. Man importiert dieses TTS-Paket und übergibt den Namen des Modells. In dem Fall mein Tacotron-DDC-Modell. Hat euch das WITS-Modell besser gefallen? Einfach hier kurz diesen Text durch WITS ersetzen und dann nutzt ihr das entsprechend andere Modell. Und natürlich den Text, der gesprochen werden soll. Also die Thorsten-Stimme kann auch in einem Skript oder Programm verwendet werden. So, ich habe jetzt hier in my Visual Studio Code eine Kommandozeile offen. Wichtig, Visual Studio Code macht das automatisch. Falls eure Umgebung das nicht macht, stellt sicher, dass ihr in dem richtigen Python Virtual Environment seid. Sonst wird es nicht funktionieren. Gut, dann würde ich sagen, füllen wir das Ganze mal aus. Und standardmäßig erzeugt das ganze Skript eine Output.wav im aktuellen Verzeichnis. Das heißt, hier sollte gleich eine Output.wav-Datei entstehen, wenn das alles funktioniert. Und da ist er auch schon. Output.wav. Und die hören wir uns einfach mal an. Die Thorsten-Stimme kann auch in einem Skript oder Programm verwendet werden. So, und damit sind wir auch schon durch. Ich habe euch gezeigt, wie ihr auf macOS meine Stimme verwenden könnt. Erzeugen per Kommandozeile, per simpler Web-Oberfläche, per Curl-Aufruf und eben schlussendlich auch innerhalb eurer bestehenden oder neuen Python-Programme. Das war's. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie gesagt, ich freue mich sehr über ein Feedback entsprechend. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen restlichen Tag. Und wenn ihr mögt, sehen wir uns das nächste Mal. Ciao!